Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Sebastian Jorns. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo Reni, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ich möchte gerne, bevor wir starten, ein paar Worte dazu sagen, ja, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, dieses Interview und ein paar Worte zu deiner Person auch nochmal sagen, für die Hörerinnen und Hörer. Also das Spannende ist ja, dass ich, ich glaube, letztes, vorletztes Wochenende in meiner Weiterbildung zur systemischen Sozialtherapeutin hier beim BSG das Thema Trauer hatte. Und da waren, wurden viele Themen angesprochen, wo ich denke, das ist doch spannend. Wieso wird darüber denn nicht häufiger gesprochen? Und das wäre doch auch ein interessantes Podcast-Thema. Und da ich ja weiß, dass du unter anderem auch Trauerbegleiter bist und ja auch das ein oder andere Thema in der Weiterbildung bisher übernommen hast und auch zukünftig noch weiter übernehmen wirst, dachte ich, ja, da frage ich dich doch direkt mal dazu, ob du Lust hast, ein Interview mit mir zu führen. Und ja, glücklicherweise hattest du Lust und Zeit und ja, somit freue ich mich, dass wir das hier heute miteinander machen dürfen. Und zu Beginn würde ich, wie immer in diesem Podcast, noch ein paar Worte zu deiner Person sagen, damit man einfach auch weiß, wer denn hier mit mir im Interview sitzt. Wenn ich was vergesse, darfst du gerne ergänzen. Ich gehe mal nicht von aus, dass du etwas vergisst. Man weiß nicht. Du hast ja viel gemacht. Also ich starte einfach mal. Sebastian Jorns ist betrieblicher Sucht- und Sozialberater sowie Dozent, Trainer und Coach für verschiedene Träger in den Bereichen Sucht, psychische Belastung, Kommunikation, betriebliche Sozialarbeit und Verwandtegebiete. Außerdem hat er diverse Ausbildungen durchlaufen, unter anderem zum psychologischen Berater, psychoonkologischen Berater sowie zum Trauerbegleiter, um nur ein paar Qualifikationen zu nennen und um Letzteres soll es heute auch gehen. Ich habe das Ganze jetzt mal abgekürzt. Erst einmal die Frage an dich, fehlt noch eine wichtige Station? Ne, die war unter verwandte Gebiete eigentlich abgedeckt, aber ich muss dazu sagen, ich bin kein betrieblicher Sozialberater mehr, sondern war es und habe jetzt einen anderen Weg gewählt. Aber das passt schon, da ich ja in dem Bereich noch irgendwo am Rande tätig bin. Von daher, alles wunderbar. Und Erfahrungen in dem Bereich natürlich dadurch hast, das ist ja auch das Wichtige. Ja, ich mag das immer am Anfang, bevor wir spezifisch in das Thema einsteigen, für Fachkräfte in dem Bereich, beziehungsweise im ganzen Sozialwesen, die jetzt nicht spezifisch mit dem Thema was zu tun haben, immer allgemein noch mal kurz anzureißen, worüber wir denn heute sprechen. Deshalb meine erste allgemeine Frage an dich, ja, was ist unter Trauerbegleitung zu verstehen? Was sind die Aufgaben eines Trauerbegleiters? Vielleicht kannst du uns da einmal bitte kurz einholen. Ja, natürlich. Also spricht niemand über das Thema Trauerbegleitung oder es machen die wenigsten, weil der Tod, das Sterben halt noch sehr tabuisiert ist. Viele Leute haben da Berührungspunkte mit gehabt, konnten das mehr oder weniger gut verarbeiten, haben da nicht Probleme mit, aber schon ihre Bedenken, wenn es ums Thema Trauer geht. Es gab ja früher auch so eine Glaubenssätze, die wir früher von unseren Eltern zum Beispiel mitbekommen hatten. Ach komm, der Tod gehört zum Leben dazu und Junge, weine nicht, das ist doch alles gut. Das hat sich zum Glück verändert und zwar in eine gute Richtung. Die Trauerbegleitung an sich wurde professionalisiert, da kommen wir später auch noch mal zu. Und die Trauerbegleitung ist ein Angebot auf Zeit. Also wenn jemand einen geliebten Menschen verliert, dann sind wir als Trauerbegleiter da. Und zwar in ein paar Phasen, die es so gibt in den verschiedenen Trauermodellen, da kommen wir später auch noch drauf. Aber in erster Linie auf Zeit, was irgendwann auch abgeschlossen ist. Also was dann nicht heißt, dass der Klient oder der zu beratende Mensch dann nicht weiter trauern darf. Also das natürlich nicht. Dafür gibt es auch andere Angebote und er kann auch weiter aufgefangen werden, je nachdem, welche Hilfe er dann auch braucht und in welche Richtung das geht. Aber so, wir kommen auf Zeit und sind da, wenn es passiert und die Zeit danach. Wir Trauerbegleiter unterstützen, begleiten und ermutigen den Menschen, dass er wieder in sein Leben zurückfindet. Das fängt an am Anfang, wenn der Tod eingetreten ist, bei einem Familienangehörigen oder bei wem auch immer es dann passiert ist. Wir ermutigen, wir sind da, wir sind auf jeden Fall erstmal die Schulter zum Weinen. Sind aber auch so, wir drängen uns nicht auf, sondern schauen ganz genau, wie viel braucht der Mensch, wie viel gibt er uns auch. Wie lässt er uns an sich ran und so weiter. Wir ermutigen, die Trauer zuzulassen, weil da ist es ganz wichtig, wie bei allen Dingen eigentlich auch, wer die Dinge in sich reinfrisst. Es kann irgendwo eine andere Wendung nehmen, die niemand möchte. Von daher das Zulassen, auch das wirkliche aktive Arbeiten, ich nenne es einfach mal so in Anführungszeichen, das ist im ersten Step absolut wichtig. Und wir arbeiten vor allen Dingen ressourcenorientiert. Also wir schauen da nicht drauf, wenn jemand zu kommt, also dass der Mensch jemanden verloren hat, den er liebt. Das weiß er selber. Wir nehmen die Trauer an und schauen dann auch, was kann der Mensch denn gut, was hat er denn, welche Ressourcen hat er und wo können wir vielleicht noch an einer oder anderer Stelle einhacken. Und das sind so die ersten Aufgaben eines Trauerbegleiters. Sehr schön. Und du hattest gerade am Anfang auch gesagt, dass das Thema Trauer sich ja schon entwickelt hat. Kannst du noch mal genauer definieren oder erklären, wie genau? Also das ist uns ja allen bekannt, dass man mal gehört hat, ach komm, sei stark, weine nicht oder andere Glaubenssätze. Inwiefern ist das heute anders? Inwiefern merkst du da eine Veränderung auch in der Gesellschaft? Ja, ich merke schon, dass viel mehr darüber gesprochen wird als noch vor ein paar Jahren. Weil die Trauerbegleitung hat sich in jedem Fall professionalisiert. Und zwar dahingehend, früher war es mehr so auf der kirchlichen, religiösen, theologischen Ebene, was ja auch heute noch so ist und was ja auch wunderbar ist. Aber heute schauen wir auch auf andere Kulturkreise, auf die Muslime, auf die Buddhisten, auf die Hinduisten und so weiter und so fort. Weil jede Kultur, jede Religion hat ihre eigenen Rituale. Und da schauen wir dann auch drauf, wie läuft es denn bei denen und wie, also dass wir keine Fehler machen irgendwo. Dass wir nicht davon ausgehen, dieser Mensch braucht das genauso, wie wir es vielleicht hundertmal gemacht haben. Sondern es wird immer individuell und passgenau auf den Menschen schauen. Früher war es, wie gesagt, mehr den Geistlichen vorbehalten. Wenn jemand verstorben war, dann gab es das Ritual mit der Trauerfeier. Dann gab es die Bestattung, ob es die Uhrenbestattung, die Erdbestattung oder wie auch immer. Oder heute gibt es auch Friedwälder und so weiter. Und heute ist es eine Kultur geworden, eine Bestattungskultur, eine Trauerkultur, die einfach viel offener ist. Die auch mehr präsentiert wird, die auch irgendwo gut angesetzt ist und genau gut vorbereitet auf eben den Trauerfall und auf die Trauerarbeit. Also da spielt das ein oder andere zusammen. Wenn jemand verstirbt, wir schauen uns mit dem Bestattungsinstitut dann an. Was können wir denn machen? Oder ob es in einem Hospiz dann passiert ist. Die Rädchen greifen ineinander und sind nicht so irgendwo abgehackt. Das fängt auch an beim Krankenhaushiltsorger meinetwegen. Wenn es auf einer Palliativstation war zum Beispiel. Irgendwann geht es raus und dem Krankenhaushiltsorger sind auch die Hände gebunden. Er ist in seinem festen Rahmen, kann nicht so raus. Und die eine Seite bereitet die nächste vor. Also es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, um so dem Menschen helfen zu können. Okay. Und nach welchen Grundsätzen wird denn heute Trauerbegleitung praktiziert? Ja, die ich gerade schon angesprochen hatte. Auf jeden Fall die Vernetzung der Arbeit. Dass so die verschiedenen Professionen, ich nenne es einfach mal so, zusammenspielen. Dass die Trauerbegleitung auch ins Medizinische irgendwo mit eingebunden wird. Also wir brauchen auch Vorwissen. Weil wir brauchen deswegen auch bei mir die psychoonkologische Beratung, die Fortbildung dazu. Dass ich eben auch wusste, okay, das lief nicht immer so ganz sauber. Die Krankheit war über einen längeren Leidensweg. Und das tritt sich dann auch im Trauerbereich wieder. Und solche Dinge sollte man dann auch wissen. Es spielt ineinander. Wir sind sehr gut vernetzt mit sämtlichen Akteuren, die es gibt. Wir haben riesen Netzwerke. Und das gab es eben vorher nicht. Die qualifizierte Vorbereitung für uns als Trauerbegleiter gibt es auch. Es gibt verschiedene Themen, die professionell bearbeitet werden. Aber wir müssen auch schauen, wo eine Trauerbegleitung und wo ist vielleicht auch ein Psychotherapeut oder ein Psychologe oder andere Professionen vonnöten. Dass wir eben wie bei allen beratenden Tätigkeiten halt diese fließende Grenze, die es manchmal gibt, auch sehen und finden. Um dann in unserem Netzwerk weiterführend begleiten zu können. Aber auf jeden Fall der größte Punkt in der Trauerbegleitung ist heutzutage absolute Achtung und Wertschätzung des Trauernden. Also wie es ihm geht, wer er ist, welche Vorgeschichte er hat, in welchem Feld er vorher war, vielleicht auch. Also den ganzen Menschen ganzheitlich schauen wir uns an, um dann auch genau auf diesen Menschen individuell einzugehen. Weil es gibt ja wirklich kein Schema B irgendwo, wir könnten Leitfäden schreiben, die es auch gibt und die auch gut sind, aber nur eben als grobe Richtung. Also wir können jetzt nicht sagen, Punkt 1 ist abgehakt, da kommen wir einfach mal zu Punkt 2, zu Punkt 3, 4 etc. pp. Sondern, dass wir da eben die Offenheit und auch für uns die Klarheit und die Offenheit haben. Da ist der Mensch, der braucht dies und das. Und das achten wir und wertschätzen wir auch. Und jetzt ist Trauerbegleitung ja nicht einfach Trauerbegleitung. Und dort ist es auch gerade kurz genannt, welche unterschiedlichen Formen oder Modelle gibt es denn da? Ja, Formen und Modelle, auch das hat sich wie vorhin gesagt professionalisiert. Es gibt immer noch die Face-to-Face-Trauerbegleitung. Also dass wir sowohl, die Trauerbegleitung kann schon beginnen auf der Palliativstation oder eben Hospiz, wenn die Angehörigen halt auch dann zu professionellen oder ehrenamtlichen Mitarbeitern gehen und da schon erste Fragen haben, wie es dann sein könnte. Also es kann sein, wir schauen Richtung Bestattung oder Richtung Tod. Dass wir die Leute da schon in ihrem ersten, bei Punkt 0, ich nenne es einfach mal so, im Trauerprozess abholen und auch dahingehend begleiten. Dann kommt es immer darauf an, dem einen oder anderen Menschen reicht es, am Sterbebett vielleicht ein Gespräch zu führen oder auch danach. Wir können Rituale machen, so Hospize bieten zum Beispiel an, einmal im Jahr eine Gedenkfeier für die Verstorbenen. Oder andere bieten Trauerorte an. Also in Krankenhäusern gibt es viele Trauerstätten oder Gedenkstätten, zum Beispiel Steine, wo die Menschen Blumen hinbringen können oder Ähnliches machen können, um sich halt an die Menschen zu erinnern. Es gibt Trauerräume auch in verschiedenen, das machen Bestattungsinstitute, das machen Kirchen, das machen Krankenhäuser, das machen Hospize auch. Es gibt die offenen Trauercafés, die auch oftmals angeboten werden zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel für Witwen, für Witwer, für Menschen, die ihre Kinder verloren haben, für Kinder, die ihre Eltern verloren haben und verschiedene andere weitere Punkte, also die auch immer passgenau sind. Das findet mittlerweile in vielen größeren Städten statt und wird auch meines Wissens sehr gut angenommen. Es gibt die ehrenamtlichen Begleiter im Nachgang noch, zum Beispiel die Selbsthilfegruppen für trauernde Mütter, für trauernde Eltern, für trauernde Kinder und so weiter. Auch dieselben Punkte, die ich gerade angesprochen hatte. Und auch mittlerweile gibt es Urlaubsreisen für Trauernde, also wo die Menschen, die einen Verlust erlitten haben, halt zusammenkommen und ähnlich wie in einer Selbsthilfegruppe, in einem anderen Umfeld, an der See wird das angeboten oder auch einfach in der Sonne irgendwo, dass dort spezialisierte Reisen gemacht werden mit anderen Menschen in derselben Situation, wo der Austausch halt nochmal ganz anders ist. Professionell begleitet natürlich auch, damit man immer gut eingreifen kann, sobald etwas Härteres passiert. Ich nenne das einfach mal so. Also du siehst, die verschiedenen Möglichkeiten sind heute sehr groß. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und es ist nicht mehr so, wo es früher im Prinzip war, der Mensch ist gestorben, der Mensch wird, der Trauernde wird begleitet. Und damit war es dann auch schon. Also man kann heute eine ganze Menge machen. Man sollte es nur wissen, damit man auch den, wenn ich merke auch in einem Trauerprozess bei einem Menschen, okay, der ist mehr introvertiert, dann werde ich wahrscheinlich nicht im ersten Step eine Selbsthilfegruppe wählen, wo er sich halt mit anderen austauschen muss oder auch vielleicht ein paar Augen auf sich gerichtet hat zum Beispiel. Sondern da gehen wir vielleicht in die Rituale, dass wir zu Hause auch etwas aufbauen, ein kleines Gedenkschrein in Anführungszeichen und ein Bild von dem Verstorbenen ist, wo Blumen oder Dinge, die er gerne mochte, sind, damit man sich immer an den Menschen erinnert. Und so sind halt die heutigen Möglichkeiten. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr wichtig vor allen Dingen auch. Jetzt interessiert mich noch die Frage, gibt es vielleicht auch Bereiche oder Ereignisse, die man jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm hat? Wir hatten ja das Thema Tod und Trauer, aber es gibt bestimmt auch Ereignisse, bei denen Trauerbegleiter wichtig sind, die nicht unbedingt das Thema Tod betreffen. Ja, das stimmt. Also manchmal ist es so, wir trauern eigentlich bei vielen Gelegenheiten und nicht nur, wenn ein Mensch stirbt. Das ist bei uns als Kinder trauern, wenn unser Spielzeug kaputt geht oder im Teenage-Alter, wenn unsere große Liebe uns nicht mag oder ähnliches. Oder auch, wenn wir in den Ruhestand gehen und dann auf einmal nach 40 Jahren in der Arbeitswelt irgendwo diese große Basis fehlt. Wenn wir dann viel Freizeit haben, aber nicht so richtig wissen, was ist es denn? Dort hat man Wertschätzung bekommen, dort hat man eine Aufgabe gehabt und viele Menschen tun sich dann auch schwer, irgendwo dorthin zu gehen. Auch dafür sind wir da. Wir können auch einfach nur mal, wenn jemand Lebenskrisen hat, wenn jemand Dinge hat, die er einfach besprechen möchte, aber nicht in seinem Freundes-Familien-Kreis oder wie auch immer. Auch dafür ist ein Trauerbegleiter da. Das geht dann mehr Richtung Seelsorge. Das machen wir auch. Dafür sind wir auch ausgebildet. Es kommt auch manchmal in härteren Fällen an. Das ist so bei Blaulichtberufen zum Beispiel, die Notfallseelsorge zum Beispiel. Da spielt Trauerbegleitung auch etwas mit. Die theologische Arbeit, die ist auch mit drin in Krankenhäusern, wo wir einfach nur mal hingehen und manche Leute mit sich hadern. Warum habe ich denn jetzt diese schwierige oder schwere Erkrankung? Warum ist denn das so passiert? Und warum denn überhaupt? Dass wir auch dort halt nicht Richtung Trauerarbeit gehen, was es im Überbegriff heißt, sondern auch bei kleinen Trauerarbeiten. In der Psychoonkologie machen wir das zum Beispiel, wo Wunderliche sagen, warum denn ich? Warum ist diese Krankheit, dieser Krankheitsverlauf bei mir denn so kompliziert? Warum ist es denn bei mir so? Auch da fangen wir schon an. Natürlich nicht unter dem Denkmantel Trauerbegleitung. Das war auch ein bisschen kontraproduktiv irgendwo, aber auf jeden Fall in Richtung Seelsorge. Und jetzt umfasst Trauer ja nicht nur das Gefühl Trauer. Jetzt interessiert mich natürlich auch, welche Symptome werden denn mit der Trauerbegleitung behandelt? Ja, Symptome behandeln, okay. Wir verhindern auf jeden Fall oder behandeln, dass es eine stetige Trauerreaktion wird. Also dass der Mensch sich das alles in sich reinfrisst, er kann es aussprechen. Und dadurch vermindern wir auf jeden Fall schon manche Dinge, wie wenn jemand etwas loslassen kann. So die Anfangsmomente von einem Menschen, der trauert, sind so das leere Gefühl im Magen, die Schlafstörungen, Beklemmungen in der Brust zum Beispiel. Die Kehle ist viel zugeschmiert. Das gibt es auch. Kurze Atmigkeit, Muskelschwäche bis hin zu einem Burnout, was es auch gibt. Oder auch einfach Depressionen oder depressive Schübe, die sich einschleichen können. Dass wir da im ersten Step erstmal versuchen, diese Symptome zu mildern, abzudämpfen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, so alles kann raus, alles muss raus. Dass er sich etwas befreien kann. Dass eben diese Beklemmungen rausgehen aus dem Menschen und wir so dann weiterkommen, dass der Mensch sich Step by Step immer besser fühlt und eben nicht in diese Negativspirale kommt, wie gesagt, einer Depression, eines Burnouts. Oder auch anderen schweren psychischen Erkrankungen, wie eine Trauerreaktion, die halt sehr lange dauern kann, wenn sie eben nicht anfänglich und auch im nächsten Step bearbeitet werden kann. Und jetzt trauert jeder Mensch ja einfach auch auf seine eigene Art und Weise. Und gleichzeitig gibt es aber auch bestimmte Phasen, die mit der Trauer einhergehen, die jeder Mensch durchläuft. Kannst du uns diese Phasen einmal erläutern? Ja, es gibt verschiedene Phasenmodelle, zum Beispiel so vier Phasenmodellen von der Verena Kast oder auch dem Jorek Spiegel. Aber ein Modell, was ich immer gern benutze, ist das Fünf-Phasen-Modell nach Elisabeth Kübler-Ross. Die erste Phase ist das Leugnen, also dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, jemand ist gestorben. Oh Gott, nee, das kann überhaupt nicht sein. Sie müssen sich irren. Der Doktor muss ja noch etwas tun können. Das kann nicht sein. Mein Angehöriger war das mit Sicherheit nicht. Das ist so dieser Schock. Dieser, nee, das kann überhaupt nicht sein. Das gibt es überhaupt nicht. Dann kommen wir zur zweiten Phase zum Leugnen. Warum denn ausgerechnet er? Wir haben doch da welche gesehen, die haben sich immer schlecht ernährt, die haben geraucht, die haben viel Alkohol getrunken. Warum stirbt dann mein Mann zum Beispiel jetzt an Lungenkrebs? Das kann überhaupt nicht sein. Das gibt es überhaupt nicht. Das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Um dann in die nächste Phase des Verhandels zu kommen. Und die Phase des Verhandels ist sehr, sehr kurz. Dort wird es häufig theologisch. Es wird gebetet. Die Menschen gehen in die Kirche, versuchen sich so die Strohhalme zu greifen, versuchen auch sehr viele Rituale einzubauen. Und auch auf jeden Fall, hoffentlich gibt es da noch Hilfe. Vielleicht kann Gott ja noch helfen zum Beispiel und so weiter. Und so kommen wir dann in die nächste Phase. Die Depression, die wird so genannt, da wo die Menschen in eine innere Leere, in eine Verzweiflung fallen. Die kann mehr oder minder schwer ausfallen, je nach Mensch und Konstitution, je nachdem, wie der Mensch auf Feuer drauf war oder auch in welchem Zusammenhang der Mensch verstorben war. Es kommt auch immer auf die Todesumstände an. War jemand lange krank zum Beispiel? Ist jemand durch Suizid gestorben, durch Unfall? Handelt es sich um Kinder zum Beispiel? Also da wird immer geschaut, wie war es denn dort wirklich? Und da reagiert auch jeder Mensch anders drauf, um dann in die Akzeptanz zu kommen. Da geht eine gewisse Zeit ins Land. Und zwar diese Formel ist nur Pi mal Auge. Man kann nie sagen, so und so ist es. Und das ist dann auch so, leider. Und auch eins ist ganz wichtig zu sagen, nur diese Trauermodelle sind nicht immer kontinuierlich. Also nur weil jemand die Phase 1 jetzt abgeschlossen hat, heißt das auch noch nicht, dass automatisch die Phase 2 kommt zum Beispiel. Nach einer gewissen Zeit, es gibt so Eckdaten, zum Beispiel der Geburtstag des Verstorbenen, der Todestag des Verstorbenen, Phasen wie Weihnachten, Ostern, wo die Familie vielleicht zusammensitzt, wo man sich dann noch besonders an den Menschen erinnert. Letztes Jahr war er noch hier zum Beispiel und hat hier mitgefeiert und hat dies und das gemacht. Und der Geburtstag war doch immer so schön. Und das Weihnachtsfest im letzten Jahr, das war so toll. Es können immer wieder Phasen, welche es dann ist, immer mal wieder rauskommen. Es können Menschen dann in ein Loch fallen. Es können Menschen zornig werden, wütend werden. Und der Zorn, die zweite Phase ist auch da, wo wir als Trauerbegleiter eine ganze Menge abkönnen müssen. Weil dort kommen wirklich mal Sätze, die nicht immer schön sind. Aber da wissen wir, die Person meint nicht uns. Sondern es ist einfach die Situation. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist alles gut, absolut kein Problem. Aber nochmal, wir haben keine statische Trauerphase. Wir können auch mal, wenn Punkt 1 war, dann kommen wir zu Punkt 3. Und wenn Punkt 3 war, dann kommt wieder Punkt 1. Und so weiter. Es ist immer flexibel. Und da dieses Eingehen auf die Phase und auch dann darauf, das ist unsere Aufgabe. Weil wir wissen auch, wir verstehen es. Wir sind dafür auch irgendwo ausgebildet und haben da auch Erfahrungen gesammelt. Aber da gibt es ja noch die Angehörigen von den trauernden Menschen. Und die verstehen, Mensch, jetzt warst du doch schon so gut drauf. Wieso fällst du denn wieder in ein Loch zum Beispiel? Und das ist dann auch, was den Trauernden das Leben unheimlich erschwert. Sie möchten dann in dieser Phase sein und können sich da noch mit befassen, wenn wir dann auch da sind. Oder eine andere Hilfemöglichkeit ist, das habe ich mal dahingestellt. Aber dann dieses Verständnis für das Ganze, das ist es dann, was es kompliziert macht. Weil da können auch viele trauernde Menschen in ein Loch fallen, indem sie sich dann auch sagen, ich war doch schon so weit. Was ist denn jetzt los? Und sich dann Gedanken machen, liegt das denn an mir? Was ist denn jetzt los? War da irgendwas anderes? Aber dann mit einem Gespräch kommen wir dann schon sehr weit, um dann zu schauen, welche passgenaue, weiterführende Maßnahme ist davon nötig. Okay. Ja, spannend. Vielen Dank. Jetzt hast du es auch schon angerissen. Du hast gesagt, Verständnis, als Trauerbegleiter auch zu verstehen, in welchen Phasen befindet sich der Mensch. Nicht alles persönlich nehmen. Was sind denn noch weitere wichtige Aspekte, die man als Trauerbegleiter berücksichtigen sollte? Ja, also in erster Linie der Punkt, jeder Mensch ist anders. Wir wissen im Vorfeld nicht, wenn wir gerufen werden oder zu einem Menschen gehen, egal wo wir dann auch sind, welche Historie hat der Mensch, welche Historie hat der Verstorbene gehabt? Gab es eine Erkrankung? Gab es einen Akutfall? Gab es einen Suizid? Einen Unfall oder ähnliches? Wie war es? Wir wissen es nicht. Und auch so, wir wissen nicht, wie war der Mensch denn vorher? Wie ist er dann vielleicht mit anderen Umständen umgegangen? Wie ist denn seine normale Vorgehensweise? Obwohl normal ja auch immer in Anführungszeichen zu sehen ist natürlich. Aber jeder Mensch ist anders und da brauchen wir etwas Feingefühl, Fingerspitzengefühl, damit wir halt auch schauen können. Wir machen nicht so viel, sondern wir machen genau das, was der Mensch in dem Moment leisten kann. Schauen dann immer genau, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir überfrachten, wir überfordern den Menschen nicht, sondern schauen jetzt genau, bis hierhin kannst du und da bleiben wir auch. Und auch eben, was ich eben gerade auch sagte mit den Trauerphasen, so ist es in der kompletten Trauerbegleitung. Es gibt kein festes Schema da. Wir schauen bei jedem Menschen individuell, wie gesagt. Und so die Leitfäden, die es gibt, die sind gut, aber nur sehr grob zu handhaben, da wir nicht von Punkt 1 zu Punkt 2 zu Punkt 3 zu Punkt 4 und wenn Punkt 3 fertig ist, dann haben wir Punkt 2 und 1 auch gleich automatisch abgehandelt, sondern es ist immer flexibel, es ist immer unterschiedlich bei jedem Menschen. Okay. Gab es denn in deiner bisherigen Arbeit Erfahrungen, wo du gemerkt hast, ja, wow, das ist ein Punkt oder ja, das tut den Trauernden besonders gut, was du vorher vielleicht auch gar nicht so gedacht hättest? Ja, auf jeden Fall denken viele Menschen, ich habe es am Anfang irgendwo auch gedacht, ich hatte gedacht, okay, ich gehe dorthin, unterhalte mich mit den Menschen, schaue dann an und irgendwann ist es auch gut, ich kann ihm vielleicht noch mal ein bisschen im Alltag, im Haushalt helfen, ist am Anfang für trauende Menschen auch immer schwer und kompliziert, das ganze Leben irgendwo hinzubekommen, irgendwo halt wieder in den alten Trott, ich nenne es einfach mal so, zu kommen, aber die wichtigsten Punkte, da haben wir vier und zwar die Anteilnahme in verschiedenen Formen und zwar Interesse an der Geschichte, wenn jemand reden möchte, wenn wir bei einer Wipfel meinetwegen sind und die möchte uns erzählen, ja, Mensch, ich habe doch immer so und so viel gemacht mit dem Ehemann und ich möchte dies noch mal erzählen und ich möchte das noch mal und da kamen die Kinder dazu, also die ganze Lebensgeschichte, da sind wir wieder die Schulter und hören uns das auch gerne an, weil wir wissen, so etwas befreit unheimlich, wenn man dadurch auch die Ressourcen und zwar die schönen Dinge, die schönen Erinnerungen rausholt, ist es wichtiger, als wenn man sagt, der hat mir vielleicht im Sterbebett dies und das erzählt, was mir überhaupt nicht gefallen hat oder irgendwelche Dinge, die noch nicht erledigt wurden zum Beispiel, sondern dass wir da diese Geschichten auch annehmen, uns zuhören, aktiv zuhören und auch Nachfragen stellen und wirkliches Interesse dafür zeigen, dass wir sagen, ja, super interessant, ich selber kann auch eine ganze Menge lernen von deinen Geschichten und da kommen auch unheimlich schöne und spannende Geschichten raus, also ich finde das immer unheimlich gut, genauso wie die Anteilnahme an den Gefühlen, wenn jemand weinen möchte, dann kann er weinen, wenn jemand laut werden möchte, schimpfen möchte, naja, dann lassen wir ihn, ist gut, wenn jemand lachen möchte, Humor haben möchte, hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch das ist von dem einen oder anderen Menschen ein Zeichen von Trauer, das merkt man auch bei Kindern, das verstehen die Eltern nicht, meinetwegen der Vater von Kindern ist gestorben und die Kinder wollen spielen, die wollen toben und von laut sein und dann kommen die Tanten und die Onkel und die verstehen überhaupt nicht, wieso sind denn die Kinder zu fröhlich. Das ist eine Form der Trauer, die Kinder recht häufig zeigen, dass sie so versuchen, das zu verarbeiten, wenn es eben so mit Worten und langen Gesprächen noch nicht funktioniert, weil es die einfach überfrachten würde. Auch da dieses Verständnis reinzubringen, das ist die Trauer, die jetzt eben gerade gezeigt wird und das ist gut, das ist okay, das ist wunderbar und das soll auch so sein. Ein weiterer Punkt an den Gedanken, Egal wie, na, verquer ist vielleicht das falsche Wort, aber trifft es irgendwie auch ganz gut, weil manchmal kommen Gedanken auf den Tisch, die ein bisschen kurios sind, die vielleicht auch etwas unerwartet dann kommen, weil die wie aus der Pistole geschossen halt kommen, das und das hätte ich noch machen müssen, das und das möchte ich jetzt machen, dies und das möchte ich so und so. Beispiele gibt es dort viele, aber da auf jeden Fall diesen Gedanken anzunehmen und auch den, das ist vollkommen okay, das kommt dann so ein bisschen aus der Transaktionsanalyse, du bist okay, super, alles was du jetzt machst ist gut und lass es jetzt erstmal raus. Die Gedanken, die jetzt kommen, egal wie die da noch sind, weil viele fragen sich dann auch, oh das war aber böse, habe ich das gerade wirklich laut gedacht? Na, dann musst du es raus, dann ist das gut, dann ist das vollkommen okay und so erklären wir das den Menschen dann auch, dass es eben nichts Böses war, nichts, was ihrem Angehörigen oder verstorbenen Angehörigen halt dann auch wehtut irgendwo, was dann auch ist, sondern dass es vollkommen gut ist, das ist okay, alles bestens, können wir so machen. Aber der allerwichtigste Punkt von allen ist das Zuholen, weil viele Menschen möchten reden, die möchten einfach nur sich mitteilen, die möchten einfach unheimlich viel, die möchten Ballast abladen, die möchten, alles rauslassen, was sie halt bedrückt und da das Zuhören, auch das Aktive und auch das Empathische Zuhören, dass wir halt auch zeigen, im ersten Moment natürlich nicht, wenn der Trauerfall eingetreten ist, sondern wenn wir sehen, okay, der Mensch stabilisiert sich irgendwo, dass wir dann auch Empathisch zuhören, auch ein bisschen auf die Körpersprache achten. Gibt es da Inkongruenzen zum Beispiel, wenn jemand sagt, mir geht es gut und der Körper sagt irgendwo etwas anderes, dass wir das auch verbalisieren und auch sagen, so ganz zufrieden scheinen sie damit nicht zu sein. Lassen wir uns nochmal drüber sprechen, also dass wir da dann dies nochmal erkennen und dann auch nochmal so den Menschen weiterhelfen, aus dieser Spirale entweder rauszukommen oder zu verhindern, dass diese Negativspirale wieder eintritt, so mit den Phasen, dass eben nicht wieder aus der Akzeptanz durch vielleicht noch unsere Unaufmerksamkeit irgendwo wieder ein depressiver Schub oder die depressive Phase kommt zum Beispiel, dass wir immer die Augen offen halten, auch die Ohren ein bisschen spitzen und auch da schauen, passt das denn alles so zusammen. Dann sieht man ja auch, wie viel Feingefühl und wie viel Einsatz vom Trauerbegleiter auch einfach gefordert wird. Da würde ich dir gerne noch eine abschließende Frage stellen und zwar bei diesem sensiblen Thema ist ja auch Selbstschutz sehr, sehr wichtig. Wie kann denn ein gesunder Selbstschutz für einen Trauerbegleiter aussehen? Ja, auch da gibt es ein paar verschiedene Punkte, da spreche ich jetzt einfach mal von mir. Also ich hatte immer reflektiert, wie war denn so die Trauerarbeit in meiner Familie? Wie bin ich mit den Trauererfahrungen umgegangen? Konnte ich etwas verarbeiten oder ist noch etwas versteckt? Wenn jemand begleitet werden sollte, war es vielleicht ein identischer Todesfall mit dem, was ich als Kind erlebt hatte, wenn die großen Eltern verstorben waren oder ähnliches oder ob ich etwas gehört hatte. Ein Mitschüler in der Grundschule ist bei mir verstorben. Ich konnte es zum Glück aufarbeiten, aber ich weiß auch, dass zwei Mitschüler, das waren Brüder, da sagten die Eltern, ein Grundschüler gehört nicht in eine Trauerfeier rein. Also die wurden irgendwo blockiert, diese Arbeit irgendwo zu verarbeiten und die hatten noch bis ins Teenager und auch ins Erwachsenenalter Probleme eben Trauer zuzulassen. Und das hat sich auch in anderen Bereichen halt auch wiedergespiegelt, dass sie manche Dinge halt nicht anfassen konnten und dass sie das immer runtergezogen hat. Also die Selbstreflexion, jetzt haben wir den Trauerfall, jetzt haben wir den Todesfall vielleicht auch, wie war es denn bei mir? Und da oben eben nicht in eine Spirale zu kommen, die uns dann selber wehtun würde, sondern dass wir dann klar im Kopf sind, dass wir dort eben auf den Menschen eingehen können und nicht auf der einen Seite auf den Menschen eingehen wollen, den Menschen helfen wollen, aber noch so viel auf der anderen Seite mit uns selber zu tun haben, dass wir irgendwo wie so ein Billard irgendwo im Kopf haben, dass wir sagen, Mensch, also das tut mir selber weh, was ich gerade gesagt habe. Also so sollte es nicht sein. Schon die Selbstreflexion ist der Fall und das ist auch sehr wichtig, wenn wir unsere eigenen Trauererfahrungen, alle, die wir erlebt haben, klar haben und so halt auch uns selber im Griff und damit auch selber im Schutz haben. Auch die Frage, wenn etwas passiert, wie geht es mir denn heute? Weil nur, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch in anderen oder für andere Menschen da sein. Dann funktioniert es nur, weil wenn ich mich körperlich oder geistig in dem Moment nicht so in der Lage fühle, auf einen Menschen einzugehen, dann bin ich wohl in dem Moment falsch. Und dann sollte man auch abgeben an einen anderen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hatten wir ja vorhin auch. Wie geht es mir? Diese Frage öfter mal zu stellen, wie war denn das beim letzten Fall zum Beispiel? Wie war das beim letzten Klienten? Bei der letzten Klientin konnte ich das auch für mich verarbeiten? Konnte ich das auch machen? Es ist doch wichtig zum Beispiel, Dinge abzuschließen. Das heißt, wenn wir vom Todesfall irgendwo gerufen werden, dass wir dann auch versuchen, im Rahmen unserer zeitlichen Ressourcen auch auf die Trauerfeier zu gehen, um da irgendwo auch für uns einen Cut zu machen, um eben nicht immer eine Endlosspirale zu haben. Wir haben noch gar nicht abgeschlossen. Weil das ist etwas, das kann uns runterziehen. Und so durch kleine Tricks können wir das für uns selber vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie bei allen anderen beratenden Berufen eigentlich auch, das kennst du ja beim BSG auch, dort gibt es auch viele Coaches und Sozialpädagogen und alles Mögliche, die Psychohygiene. Und zwar jeder hat da seinen eigenen Weg. So bei mir ist es der tägliche Spaziergang um einen See, bei uns vor der Haustür zum Beispiel. Der eine hört Musik, der andere macht Sport, der andere macht dies, der andere macht das. Je nachdem, wie sich der Mensch oder der oder jeder am besten fühlt, wie es ihnen am besten damit geht. Psychohygiene ist sehr wichtig und zwar stetig. Nicht nur dann, wenn wir jemanden begleitet haben, sondern auch im Vorfeld. Wie gesagt, wie geht es mir? Es soll uns gut gehen, um dann in vollem Umfang und auch mit voller Kraft für die Menschen da zu sein. Entspannungsmethoden, obwohl es da auch für jeden unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Dem einen liegt Yoga, dem anderen liegt autogenes Training. Vollkommen offen, was es ist, aber unheimlich effektiv oder nur die progressive Muskelrelaxation, wo man sich schnell irgendwo halt die Sachen holen kann, aber auch Rituale. Ich hatte einen Kollegen, der hatte immer nach einem Gespräch ein Räucherstäbchen angezündet. Das war dann so seins und der andere hat dann halt auch Heavy-Metal-Musik gehört. Der andere hört dies, der andere hört Klassik, der andere liest ein Buch, der andere lenkt sich komplett ab, indem er irgendwas anderes macht. Der eine setzt sich in die Bücher und lernt zum Beispiel. Das kann auch sein. Also auf jeden Fall Entspannung, Psychohygiene und Selbstreflexion. Das sind so die Punkte, die mir helfen, die gut für mich sind, wo ich dann auch für mich einen Cut machen kann, für die ich dann auch abschließen kann, um dann auch für den Nächsten da zu sein. Super. Sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand es sehr, sehr angenehm und entspannt, dir zuzuhören. Ich finde, das ist ein sehr schön, klares Gespräch geworden und hoffe, dass es ganz viele erreicht und werde auch noch mal in den Beschreibungen deine Kontaktdaten einmal verlinken, dass diejenigen, die Fragen haben, mehr erfahren möchten, sich direkt bei dir melden können. Ja, und wie gesagt, an der Stelle einfach nur mal einen herzlichen Dank und ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ja, und nochmal an alle Trauerbegleitung. Hört sich hart an, hört sich schwierig an, aber ich hoffe, Ihnen heute ein paar Punkte mit auf den Weg gegeben zu haben, die das Ganze etwas offener machen, etwas freier gestalten können, um eben das Tabu zu brechen. Und ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.